Im Waffenladen rum. Ja, die 970 hängt sich von Lakeside aus hinten dran. Verdächtiges Fahrzeug fährt im Waffenladen mit dem Horsenklauen entweder. Fahrt sie weiter! Verdächtiges Fahrzeug trifft gerade Connel in Richtung Mausentown. Ein schwarzer BMW. Höhe Sandboge. Hat die Einheit von Mausentown schon Nahgewinner ausgelegt? Frage, die Einheit von Mausentown, könnt ihr Nahgewinner fangen? Ja, bitte, lebe ich die 970 h. An die Kollegen im Mausentown. Der schwarze BMW ist jetzt momentan die Autobahn Richtung Mausentown. Also er kommt innerhalb von 2-3 Minuten dahin. Bapfel, gib ihm mal, gib ihm mal Verwarnung, äh, gib ihm mal Warnung, wenn du dich dran kommst, wegen Schusserlaubnis, dass, äh, links vielleicht schießen kann. Check. Wenn ich's getan habe, werde ich nochmal Check sagen. So, hier ist die Polizei, halten Sie an, was wird im Schuss ge- Bezug aufа, die Fahrzeugt muss rein. Flüchtiges Fahrzeuges ist gewandet, seit der Richtungаньbeck. User left georgon. User joins reichern. Da wir noch 1590 h, links Nahgewinner, kurz vom Tunnel. Ein viertiger Fahrzeugt muss ein viertiger Fahrzeugt bekommen. Wart kommt etwa ein mal, kein schwarzer Maarmachter. Dieser geht segnbar. schussfreigabe hat sie erledigt tango down gute arbeit patient